Herzlich Willkommen zur einzigartigen Wernwalder Show. Ich bin Wernwalder und es geht jetzt mit dem Stream los. In diesem Sinne, seid kein Dominik und Dominik und habt Spaß und seid aktiv. Und wenn ihr mal mitspielen wollt, könnt ihr das gerne tun. Einfach in den Chat schreiben und natürlich ein Follow da lassen und dann geht's los. Es wird ganz geil, wird ganz geil, wird ganz geil. Kann man sich auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ja, ist auf jeden Fall nice. Hat man Bock drauf, hat man Bock drauf, hat man Bock drauf. Okay, nice. The head is broken. Oh fuck, what the fuck man. Okay, nice. Okay, nice. Nice. Gefinished, ist gefinished. Nice. Ey, komm mal mit, lass doch zusammen, Breezy. Bleib mir dagegen. Wo bist du denn? Ach da. Einer down, einer down, Breezy, einer down, komm her. Nice. Lebst du noch? Könnt ihr mal markieren für mich, ich bin blind gerade. Fire lock? Ja. Einer hier hat K.O. Habe ihn. Der stand direkt neben mir, der hat mich so gekillt. Der hat mich so gekillt. Wo ist denn der? Easy, hast du den gesehen? Ne. Ich auch nicht. Ich kann Hilfe gebrauchen. Aber Digga, wieso? Aufgeteilt. Pass auf, ich sehe hinter dir. Halt's ab! Ja. Habe ihn. Nice. Geist, ich komm. Über dir, über dir. Geist, da kommen welche. Einer K.O. Zwei Teams. Irgendwelche Wichser meine Waffen. Okay, vor mir, vor mir. Ja, ja, ich komm, ich komm. Nachgeladen. Wo ist der Typ? Ist er runtergesprungen, oder was? Der ist direkt da bei meiner Leitung. Nein, vor dir, vor dir. Ja, ja, ich weiß, warte. Ey, was? Digga, was ist das, Mann? Ich schieße auf den, die sterben nicht. Wie bei Counter-Strike, als wenn kein Schuss connected. Heftige Lage, Mann. Ne, ich mein, ich mein Fortnite. Oh, hier sind so viele. Äh, la Paloma, Blanca. Äh, ich schiss und wind in the sky. Äh, öh, öh. Oh, nicer Schuss. Ey, Digga, Breezy, lern das mal, wenn du mit uns spielst, dass du markierst, Digi. Weil ich bin blind, ohne Scheiß, ich bin farbenblind, ich kann das immer nicht so gut erkennen. Also, wenn du nice sind. Ich soll meine Waffe in Ruhe lassen, ey. Ja, jetzt gibt's aber Stress hier doch, hör mal. Boah, Digga. Boah, Digga. Ich bin tot. Ich spüre, Digga. Nein, 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 nein. Hilfe. Hilfe. Ja, na, nice. Nice, Digga. Ich kann nicht mal abhauen. Jetzt gibt's hier noch was zu töten. Digga, easy, du bist die Beste. Ab heute spielst du jeden Tag mit. Ist dat klar? Ob dat klar ist, Rolein? Boah, hail. Das hab ich mir hier in Ruhe lassen. Okay, ich brauch ne Waffe. Nice. Der hackt, Jungs. Ja, hier sind auch... Der hackt, der hackt. Ja. Okay, cool. Jetzt ohne willst du mal... Wie hat er die Karten so schnell getötet? Ich weiß es, ich schwöre es dir, ich weiß... Ey, hier liegt nur ne Gasmaske. Hat jemand für mich Sniper Moon? Die hier. Äh, ja, hier für die Schuss hier. Äh, nice, danke. Hä, wo liegt denn meine Plattenkarte? Bin ich bei jeder? Die hab ich genommen, diese Plattenkiste. Wenn du die meinst. Negativ. Nein, nein, ich mein... Ich hab meine Kar auf Platin. Die erkenne ich sofort. Ah, okay. Du meinst ne Waffe, meinst du? Hm. Ja, meine Kar. Ah, okay. Denk, wovon redet der? Okay. Ja, ich hab meine Kar... Ich hab meine Kar auch auf Damaskus. Nice, Jungs und Mädels. Nice. Ey, auf dem Tower, glaub ich, ist einer. Ne, ist keiner, schade. Ey, das ist nicht mal meine Waffe, die ich hier in der Hand hab. Wo ist meine Waffe? Was für schade, Digga. Was für schade, ich bin froh, wenn keiner auf dem Turm sitzt. Oh mein Gott. Was für schade, Alter. Nein, weil ich, äh, ich snipe gerne aus dem Dillen. Aus dem Dillen, Rels. Aus dem Dillen? Ja, aus dem Dillen. Hey, Leute, meine Sniper ist einfach weg. Nein, die war da irgendwo. Ja, jetzt hab ich sie auch gesehen, ich bin nur dumm gewesen. Ich fühl's doch dein Herz. Oh nein, jetzt redet er auch schon so. Aus dem Turm? Alter, Lachs. Aus dem Turm. Ich glaub, da kam Schüsse aus dem Turm. Nice. Oh, ist da eine Ausrüstungssicherung? Ey, ihr spielt auch allein, ihr beiden, ne? Ich glaub, ich glaub, Isi und ich gingen woanders hin. Ja. Hör mal. Was ist los bei euch da? Skys? Skys? Ja? Willst du auf Maus-Tassatur? Nee. Isi, bist du hier? Warte, warte. Ich weg mir mal. Ja. Nice, komm mal hoch, bitte. Ich schick dir mal nach der Rolle. Wir gehen einmal hoch. Ja, du musst dir meinen Namen nicht nacken. Ich kann dir mal aufs andere Dach schicken. Ja, keine Ahnung. Ich hab trotzdem ein Foto gemacht. Du kannst noch irgendwo machen. Okay. Boah, ich glaub doch nicht. Aber du kannst noch ein Dreieck drücken oder halt auf Party gehen. Okay, äh, okay, nice. Isi und ist einer. Scheiße, Mann. Alter. Was denn? Ja, hier unten direkt vorm Haus. Direkt vorm Haus. Was? Hast du grad zu mir peinlich gesagt? Ich nehm ab. Das ist geil. Zu wem hast du das gerade gesagt mit peinlich? Kommst du dann hier runter, ne? Ähm, zu mir selber. Ah, ja. Ne, wir geben noch ne Chance. Na, heute dein auf Felsischspiel gehen, da kannst du meinen Namen noch einfach filmen, du kannst mir eine LFA schicken. Das geht, glaub ich, einfacher als Bild machen und Dinge. Ich mach keine Kills. Nice. Da oben auf Dach ist einer. Hier. Alter Chat, unnormal schlecht heute. Hä? Wo hat er denn gekauft? Ich setze mich gleich aus der Luft raus. Wo hat da jemand gekauft? Von wem wurde da jemand gekauft? Das hätte ich doch gesehen, wenn da jemand wäre. Nein, ich wurde gehetzt oder ich lieg safe. Ich lieg safe. Hallo. Äh. Bei mir ist hier geplantet. Er wurde genau in dem Moment genau für mich kaufen. Ja, äh, Sigi, du könntest kurz auch noch so einen rein und könnt... Okay, jetzt nicht mehr. Ah, ich bin so schlecht heute im aimen. Also, ich kann heute nicht mehr aimen. Was ist denn da los? Ja, me too. Sigi, kannst du mich kaufen gehen? Ja, gleich. Nice, ehre. Schnapp ihn dir. 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 Mein Stryker sieht genauso aus, Pisi. Du hast dich flexen. Ich hab... Ich hab... Damaskus. Nein, ich hab die auch. Hab ich nur geguckt, dass sie flakin, weißt du? Äh, äh, da sind so rote... Rote Dinger unter deinem Visier. So rote Akzente. Wie kriegt man die? Mit welchem Skin? Hinter dir, hinter dir! Das ist der Bauplan, das ist dieser... Ich hab ihn. Hab ihn. Nice, hey, hey. Äh, Sigi, du könntest dann, wenn wir dann zum Shop gehen, nicht kaufen. Das wäre echt geil. Hä, wie? Ja, ach so. Jetzt chill doch mal. Ja, wollte ich grad sagen, lass uns mal in Ruhe, bitte spielen. Da ist er. Da ist er. Habe ich in einem Highground, Mädels und Jungs? Eine kommt von hier? Ja, hab Highground. Ja, ich bin tot. K.O. Ja, wahrscheinlich hätten die mich noch geholt, ey. Hier, hier, warte, hier, hier. Da, da oben. Der kommt von hier. Da oben ist er. Ja! Der ist direkt vor dir. Von mir? Ja, das war doch ein Headshot. Bei den Steinen. Fast. Nice. Nice. Geil. Der hat sich mit der Stum geholt? Äh, nee, 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 den anderen. Ach so. Nice, Alter. War ein geiler Win. Was heißt geiler Win war es nicht, aber war okay. Ähm. Okay, ey. Danke auf jeden Fall, Philipp. Und danke an Skys, dass ihr mitgespielt habt. Äh, easy goal out. Ich spiele jetzt mal eine Runde alone. Aber war nice, dass ihr dabei gewesen seid. Meine Freunde, das war das für heute erstmal. War heute leider ein kurzer Stream. Ich hoffe, ihr habt euch trotzdem gefallen. Wir haben heute auf jeden Fall ein paar schöne Kills gemacht. Wir haben vor allem einen Win geholt. Das ist das Allerwichtigste. Und, ähm, wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt. Seid kein dumm in dem Gummi. Und ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Und bleibt aktiv. Und vor allen Dingen gesund, meine Hasen. Toxic, Elias, äh, Edu, Execute Gamer. Alle, ich wünsche euch einen schönen Abend. Seid kein dumm in dem Gummi. Und bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.